Meine Damen und Herren, der Bundeskanzler. Ja, dann denke ich mal, die Tür ist zu, wir starten. Hey everybody, welcome! Our goal is to offer your platform, to exchange, to connect. The real thing is to look at something that can add value for everyone in a longer term. Und ich werde direkt rein starten, wie gesagt, neun Features, die teilweise schon live sind. Also diese Daten haben wir miteinander verknüpft und über ein geografisches Informationssystem verschnitten und ausgewertet. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass eben der Fachausschuss uns da sehr, sehr stark unterstützt hat. It's really about the why, the who and the how. 2.800, 2.800, 2.800 auf der linken Seite, 2.800, 2.800. Dass jeder beginnt also offensichtlich oder unterschwellig für seine Institution, für sein Angebot, für sein Projekt zu kämpfen. And everything what I do is really motivated by doing an impact. Can be exactly the type of person who is able to kind of guide you through this entire journey, who is your helping hand. So that's all I want to say. Thank you so much. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Dankeschön. Vielen Dank.